Hallo zusammen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Michael Schumacher hat die Führung übernommen Untertitelung des ZDF, 2020 Direkt vor dir Du bist jetzt vierter Das ist die letzte Runde, nicht anhalten! . . Ralf Schumacher Hat seinen Frontspoiler verloren Ralph Schumacher Hat sich an die Spitze vorgearbeitet Ralph Schumacher Ist ausgeschieden drüben im Streckenabschnitt 3 Gratuliere, du hast das Rennen gewonnen Michael Schumacher Wurde Zweiter So, das Rennen ist vorbei So, das Rennen ist ein Rennen